Wollen Sie mich verarschen, oder was? Wieso auch nicht? 61 Soldat Katzakis Hallo? 61 Soldat Katzakis Ah, Divisionär Scherer, guten Tag wohl Grüezi, Herr Divisionär Anmelde bitte Katzakis, MP Katzakis Weiter? Schutzkompanie 5-1 Wie geht's? Ja gut, danke Habt ihr etwas gelernt? Ja, ich denke schon, ja Was? Ja, also ich bin speziell bei mir auf dem Büro gewesen, Adam Fürsich Aber die Truppe hatte die NGST-Ausbildung Was haben Sie gemacht? Wieso auf dem Büro? Ich bin Büroordnanz Ja, 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 wieso? Wieso auf dem Büro? Ja Ich bin so, äh, ausgekommen, also Ich bin als Büroordnanz, äh, mache ich Dienst Ja, 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 ja Wie geht's auf dem Pro 3? Pro 3? Ja, ja, ja Sagt mir nichts Pro 3, Übungsfeld Aha Ja Ja gut, nehme ich an Gut Ich habe gehört, das fette Spaten Ist mir mit gedeilt worden Wahrscheinlich Ja, wie? Wann haben sie normalerweise abgetreten? Am Freitag Am Freitag Im Laufe des Tages Ja Das tut mir leid, es ist verschrocken 3 Tage Der Spaten ist grams Dominik Es ist nicht Little Die ganze Truppe mitteilen. Am Montagmorgen ist abgetreten, nicht am Freitag. Okay, ja. Das kann man sich aber noch rückbestätigen lassen, oder? Was bestätigen? Das kann man sich rückbestätigen lassen, weil ich nicht mal an, der Kadi wird das rückbestätigen. Jaja, das bestätige ich da. Ja, aber haben sie mir noch ihre Nummern? Nein, sie gibt keine Nummer, das ist bestätigt von mir. Ja. Okay, abmelden. Ja. Hallo, los, abmelden. Ja, meld mich ab. Ja, ist das alles? Ja, äh, was wollen sie denn noch hören, oder? Abmelden. Ja, also, in diesem Fall Divisionär, Soldat Kazakis, meld mich ab. Gut, aufhecken. Okay.